Schönen guten Tag. Kann man Ihnen heute irgendwie behilflich sein, Sir? Nein. Ich könnte Sie über die Straße führen. Nein. Ich könnte Sie durch Ihren Garten führen. Nein. Ich könnte Sie durch Ihr... Nein! Au. Sein Leben lang träumt Karl Frederiksen von einem großen Abenteuer. Und heute startet sein Abenteuer durch. Bis dann, Jungs! Hä? Bitte lassen Sie mich rein. Nein. Na gut, von mir aus. Rassel! Nicht loslassen! Wo sind wir? Was ist das für ein Ding? Er mag mich. Kusch! Verschwinde! Los! Hey, ein Hund! Pfötchen! Aha. Sprich! Hey, ihr zwei! Hat der Hund gerade Hey, ihr zwei gesagt? Jawohl! Ich hab dich jetzt schon schrecklich lieb. Darf ich ihn behalten? Bitte, bitte, bitte! Nein. Aber er kann sprechen. Boah, was ist das? Schnapp ihn! Sie kommen! Rassel! Gib mir deine Hand! Weiß irgendjemand, wo sie sind? Disney-Pixas oben. Boop, beep, 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 ba, boop. Mit meinem Abenteurer-Profi-Navi können wir uns überhaupt nicht verirren. Ups. bis zum nächsten Mal. Mod zu Ihnen. Wie geht es umїheil mit deinem Spiel?